Wow, du denkst mit. Scheiße, scheiße. Komm jetzt lass mich... Och ey. Auch Magie, man. Warum ist der Labeling so low? Na toll. Ey, immer noch... Na toll. Also jetzt bin ich mal richtig am Arsch. Okay, gut. Scheiße. Dein Glück ey, dein Glück. Och, okay, das war's. Knapp, knapp, knapp. Oh, zum Glück. Puh, gibt's hier irgendwas jetzt? Hä? Dem Baum? Ist das hier? Ja, toll. Ey, ganz toll. Oh man. Wow. Trotzdem noch so low Schaden, man. Seh, warum so wenig? Dein Glück. Ach, du bist doof, man. Ey, das ist zum Kotzen. Das ist echt so sinnlos, dass ich so wenig Schaden machen. Das ist so unlogisch. So dämlich, ohne Scheiß. Oh, lass mich nochmal Magie machen, man. Ja, ja, komm. Endlich. Haut rein. Mein Gott, er ist ja mal bald mal ein Boss oder so. Lol. Ja, klasse. Heidegger-Kristall. Weight reaction. Auge des Himmels. Oh oh. So, so klar. Element Scepter. Ja, klasse. Ich habe ein neues Ausrüsten jetzt. Ah, okay. Alles klar. Kein Wunder. Lightning Edge. Ach, wer nimmt das mal? Ich hoffe, es zerbricht nicht. Das wäre nicht cool. Okay, dann gehen wir jetzt also hier runter und dann links und dann wieder runter. Ja, hier. Ja, und jetzt? Wollang? Ist hier irgendwo jetzt ein Boss? Oh mein Gott. Endlich. Hm, Drachen. Cool. Ah, nein, nein, nein. Ein Drachenzombie. Der könnte schwer werden. Ich hoffe mal, ich packe den. Oh mein Gott. Was? Item? Hä? Ah, okay. Also Item. Spectacles. So, und? Oh mein Gott. Lightning Holy. Okay, alles klar. Also Feuer. Auf dem. Ja, trotzdem mache ich da nicht. Ey, das ist doch scheiße, Mann. Feuerlanze. Das macht doch aber nicht viel Schaden. Oh, okay. Oh, okay. Ey, klasse. Am besten ist, ich lege mit... Oh, oh. Ja, klar. Sicher. Am besten ich lege mit... Ne, im Moment, Equip. Das Lightning Edge an. Lichtschaden, mache ich da. So. Ähm. Scheiße, ich hätte vorher mal... Oh, na klar. Na klar. Klasse. Ähm. Use Item. Wie kann ich denn das? Geht das jetzt? Yeah. Okay, dann nochmal ein Item. Flare Kristall. Auf den. Boah. 6.766. Hammerhardt. Hab ich noch so ein Ding? Ich denke nicht mehr. Ähm. Use Item. Scheiße. Madixier auf... Ja, auf. Die auf jeden Fall. Oh man, das viel ist schwer. Und dann nochmal Magic. Was ist denn da? Klingt mir jetzt trotzdem nicht wirklich. Ähm. Warte mal. Wir brauchen noch Armgrim. Aber auf jeden Fall. Scheiße. Ja, machen wir mal Soja. Das war krass. Lol. Okay, das war krass. Shit, denn one-hitten können wir den Teil. Cool. Gebt mal Items. Was gibt's hier für ein Artefakt? Ein Borg des Triaden. Ähm. Keine Ahnung, was das sein soll. Ist mir egal. Nein, ich behalte's. Und da? Ein Fragment. Ich behalte einfach alles. Ist mir scheißegal. Ja. Ja. Nein. Ja. Wow. Okay. Ähm. Du brauchst noch viel. Ja, ja. Wir brauchst du jetzt noch. 10.000 bekommst du noch. So. Ähm. Wie viel haben wir noch? 12.000. Okay. Dann nochmal die noch. Wie was? 2.1. 1.1. 7. 2.1. 1.1. Und dann du noch. 9.4. 1.4. 9.4. 1.4. Ja. Q. Oh. 8.500. Hammerhardt. Und die hat auch mächtig viel HP dazu bekommen. Sauber. Perfekt. Okay. Alles klar. Haben wir das hier auch geschafft. Cooler Scheiß. Naja. Haben wir noch genug zu tun hier. So. Keine Ahnung was ich jetzt machen muss. Da war ich jetzt was ich machen muss. Ich muss Stop drücken. Bis. 不是 ja. Nichts. Los. Los.